So. Was machst du als Doppelkopf? Eigentlich nicht. Aber Doppelkopf? Ja, es ist ein bisschen viel Gewicht dran. Nein, es ist viel. Mhm. Lukas, was ist das? Da kommt der Zug. Ich bin schon bei dir. Hallo. Kannst du mich runterkommen? Untertitelung. BR 2018 Luka 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 Papio Willst du auch nachten? Ist du eigentlich kaputt? Ja Das ist hier aber eigentlich nicht zum Klettern Da, ne? Ne, da vorsichtig wieder runter. Oh, ein halbes Reich. Es gibt beiden Arten. Look! Um! Um, Lukas! Um, Lukas! Lukas!